Hallo liebe Fußballfreunde, ich wollte euch noch sagen, mein Kanal wird richtig umgeändert geworden. Von meiner Planung, was ich großartig mache. Filme soll ich weiterhin, aber nur andere Stelle, da hinten hier. Und hier dieser Raum, Thema Musik, Schallplatten, DVDs glaube ich, das heißt, die so runde Scheibe und vier eckige Dinge, aber das klein ist, CD heißt, glaube ich. Immer das Thema Musik, von Schallplatten nach von anderen. Ich möchte euch nur sagen, mit Sammlungen, Herzen, das sammeln man sehr gerne mag, sammeln das gerne mag und das gerne, meinen Kanal abonnieren will oder Däumchen oben machen und eure Kommentare in Kommentare rein machen. Thema Schallplatten, werde ich noch extra Video machen, aber das noch dauert. Das heißt, Montag kann ich dir sagen, kommt das erste Video von Schallplatten. Wochenende, wie Freitag, wo mein Moment gerade ist, aber andere Gegend nach anderes Zuhause von mir. Da werde ich weiterhin Fußball-Sachen aufnehmen, von Kaiserslautern, von Kaiserslautern, aber nur eine. Ich habe schon alles da durchgemacht. Endefalls von Sammeln zu tun, Schallplatten, CD, DVDs von Filmen, Sammeln zu sammeln. Mein Hauptkanal ist richtig viel gefüttert. Und von Fußballfreunden wird richtig viel Videos kommen. Endefalls sehr viel. Ich wollte euch noch sagen, was genau das alles kommt. Schallplatten, CD, DVDs von Filmen und auch noch von Tassen und auch noch vom Gaming Bereich. Das heißt, Menge Videos euch freuen. Ich freue mich für meine, ich freue mich jedenfalls richtig, ich fast über 30 bin. Von Abonnentenzahl. 800 Abonnenten, Papa, ich quetsche dir noch dazu. Aber bald kommen 900. Aber im Moment brauche ich jedenfalls 900 Abonnenten und dann kommt 1000 Schritten. Ich freue mich richtig gerne. Ich freue mich auf, wenn euch meine Videos schaut. Ich bin wunderschön glücklich. Aber kann ich euch auch sagen, werde ich auch meinen Kanal machen. Egal, ob es passt oder nicht passt. Teilweise auch Werbung werde ich anschalten. Das heißt, eine bestimmte Firma, ich aussuche, zum Beispiel Sony, Samsung und andere Apple werde ich kein Werbung machen. Aber jedenfalls Sony und Samsung von Handymarken und ein Boss Beispiel von dieser Werbung werde ich auch machen. Wenn ich werbe, wenn ich werbe, mache, mache ich auch Spaß und der Wille ransteckt. Das wollte ich euch nur sagen. Wenn ich Werbung einschalte, wenn ich 1000 Abonnenten nicht habe, wenn ich da nicht bin, dann werde ich Geld dienen von diesen Videos. Aber jetzt immer noch kostenlos von Abonnieren und die kostenlos von Videos schauen. Aber das geht automatisch. Das geht um den YouTube-Rhythmus. Von Kommentaren nach... Abonnieren kostet gar nichts. Jo, wollte ich euch nur aufklären. Aufklärvideo ist das gerade, was ich genau sammle und was ich genau mache von meinem Kanal. Jetzt sage ich mal auf Wiedersehen. Jetzt sage ich mal viel Spaß von diesem Video. Dann Moi. Cuando war Eis. Jupili.